Dummste Idee gewesen, mit dir sowas zu spielen, an der Katastrophe Ich bin so schnell gerade Ja, ich hab zwei Kinder Das ist wie so ein Panda, Alter Wir können doch zu zweit erst mal zeichnen, damit du es erst mal kennenlernst, oder? Möchtest du einmal dem Rehbi ein bisschen beibringen? Ich bin ein bisschen schüchtern tatsächlich, bin ich ehrlich Es ist wie ein Montagsmaler Enter your name Reven Ja, mach mal Slider, okay, ich bin ähm Ne, okay, okay, let's go So Jetzt muss ich raten, was du malst, ne? Also Ne, du fängst an, du fängst an Okay, kriegen wir hin Also jetzt muss ich das malen, ne? Genau Wie lange habe ich Zeit? Egal, wie lange? Da oben ist eine Uhr Siehst du die ganz oben links, neben, äh, über uns Oh, da, doch, 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 okay Da ist U Okay Boah, du malst doch eh irgendeine Sch*** gerade, oder? Safe Fahrrad Was ist das? Ein Tandem Digga, was ist das? Was ist das? Ach, ein A Ein Schlagzeug Nein Hey, was ist denn das? Ein Fahrrad Alter, oh mein Gott Warum habe ich das? Ein Dreirad Oh mein Gott Das ist eine dümmste Idee gewesen, mit dir sowas zu spielen, Alter Katastrophe Guck mal Guck mal Okay Wo muss ich das reinschreiben? Ach da Musik Ah Gold Ja Wahrscheinlich Gold, oder? Gold, Gold ist richtig Verstehst du das Spiel? Oh mein Gott, das ist ein langes Wort Das ist ein langes Wort Jetzt wird stark, okay Aber warte Flaschen Hals Safe Ah Warte, 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 warte Fund Ich dachte jetzt Fundflaschen Mann, Alter Das hier Ja, was denn? Ja, guck mal Was ist das für eine Bewegung, die die Flasche macht? Ach so Ich dachte irgendwas Recycle mäßiger, aber das ist eher Flaschen Ja, Mann Ja, Mann, Digga, stark Du musst dich in mich hineinversetzen, okay? Ich bin in dir drin Ist das Unge? Kondom, Kondom Äh, Uhr Digga, das ist doch kein Nur Uhr, Digga, das ist doch ein Gesicht, Junge Hast du schon wieder, hast du schon wieder den Raum linken? Wie kriegt der den Raum raus, Leute? Re, wer hat denn Link geleakt? Wie denn? Wie hab ich den Link geleakt, Maschallah? Digga Wie hab ich den Link geleakt, Mann? Wie? Was? Alter, das ist so stressig Oha, Mann, ich kann mich gar nicht aufs Zeichnen konzentrieren Wo denn? Wir spielen jetzt weiter Was ist das? Waffe Maschinengewehr Uzi Ach ja, da oben sieht man ja Ah, ah, ich weiß Yes Gut gemacht mit den Farben Sehr gut gemacht mit den Farben Guck mal Paintball Ich bin zurückgeblieben Paintball Und ich schreib noch so Uzi Es passt so gar nicht Man sieht da oben so 400 Buchstaben, Alter Wer ist HH? Wer bist du HH? Ey, Baum Welcher Baum sieht so aus? Blatt Ich sollte vielleicht nicht laut reden Richtig Du kennst das Game nicht ganz, oder? Das Wort wäre dann auch Blatt gewesen Oh, nee Was? Oh, nee, Alter Du bist dran Das, oh, nee Direkt Dislike Ich kann dir ein Dislike geben Hä? Hä? Deine Zuschauer gucken bei dir, was für ein Wort du hast Deswegen hat er schon erraten Die spielen nur noch unfair War aber gut, ne? War gut, war gut, war gut Sehr gut Hm? Was ist das? Du Du Beste Du Beste Dein Zuschauer schreibt Du Beste Ist einfach nur gelb, Alter? Ist einfach nur gelb, bist du behindert? Hä? Hä? Was? Wie dumm, Alter Über Ju Ling Platz 1 Oh, das erste Mal ich Platz 1 geschaffen habe Ja, was machen wir jetzt? War ja nicht schwer Ja, wir müssen jetzt einfach einen neuen Raum starten Machen wir Die Zuschauer können ja bei uns lesen Ich schick den Link jetzt an ein paar Subs von mir einfach, ja? Okay Ne, das ist so Hä? Äh Ähm, das ist definitiv Warum ist es gelb? Ach, Sand Okay, das ist Sand Ah! Ich hab's Vier Buchstaben Hä? Sass? Ah, sass Sass, sass Was ist das? Hä? Oase Oase, Digga, wie einfach Junge, du Bot Wie lauter Malz denn du, Alter Oh mein Gott, längstes Wort der Welt, okay Was ist das, was ist das? Zigarette? Äh, ja, Zigarette ist gut Nehme ich direkt mal Ne Oh, ne, ich dachte Streichholz Aber ist kein Streichholz Was ist das? Es ist ein, ganz klar ist das eine Fackel Ein Z Mit Z Boom, Junge Zigaretten Ein Zündholz Zauberstab Ich hab das falsch, ich dachte sogar, ich hätt's richtig gemacht und ich dachte, es war falsch Es war falsch Hä? Hast du richtig? Nein, natürlich nicht, Alter Ich dummer, dummer Ach du hast null Punkte Bist du grad dran? Ja Sag mal dein Wort Warum ist es blau? Himmel, Biene, Biene Alter, so ein langes Wort Oh mein Gott Äh, ich hab beide bei auf drei Sekunden gestellt, damit wir ähm Alter Glühwürmchen, Digga, dann mach doch nicht blau Das ist schwarze Das ist nacht, Alter Digga Junge Guck mal You have been kicked? Hast du mich gekickt? Nein Ich glaub meine Subs haben dich gewollt kicked Alter, ich spiel nie wieder mit deinen Leuten Kommst du wieder rein? Bist du das? Ich bin Gravedigger auf einmal Echt, bist du das wirklich jetzt? Ich bin Gravedigger und ich bin auch Nummer 4 Hä, was? Okay, Drew, das erkennst du jetzt, ja? Ja, okay Ahhhh Was ist das? Kommt schon, Leute, kommt schon Ja, Mann, endlich einer Geige, Drew Digga, eine Geige Ich dachte, das kann keine Geige sein Das kann keine Geige sein Na komm, jetzt spielen wir noch eine Runde jetzt Haben wir den Link gerade geleakt oder was? Oh Mann, Alter Nein, Junge, du bist so dumm, Alter Du F***er Oh mein Gott, hier ist der Link Okay, es tut mir leid Drew, wir sind die dümmsten Streamer Warum haben wir Zuschauer? Wieso schauen uns Leute? Ja, lange haben wir nicht mehr Zuschauer Wenn wir so weitermachen So, ich bin jetzt drin Und du darfst ihn jetzt nicht leaken, okay? Nicht leaken, Alter Redest du gerade mit mir? Ja, ich rede mit dir, Maschall Maschallah Leag den Link nicht, Alter Julien Bam Lass dein Studio brennen Don Balbano, du kriegst auf keinen Fall Don Balbano, kriegst du hier den Link Auf geht der Hase Komm, fang an Ja, los, let's go Oh, stark, Junge Ich bin starker Spieler Ich bin starker Spieler, Drew Kann man nicht anders sagen Kann man nicht anders sagen Du bist richtig dumm auch Du bist wirklich richtig Ja, ich war noch am Schreiben Nein, du bist wirklich dumm, Alter Du bist wirklich dumm, Alter Du bist wirklich dumm, Alter Hör auf Wolfsmagen zu sagen Willkommen in den Katzenarsch, meine Freunde Was geht's? Safe in Insel, dachte ich Nee, ist es nicht Ah, das Safe Oh, Digga Damn it, damn it, Alter Maschallah, ich bin's der Chat-Weltmeister Ich war zu sehr in verschiedenen Brotspezialitäten gerade Aber es war doch eine Biene, Alter Damn it Baguette, sein Vater, Junge Safe eine Kanone Was? Tafel Whiteboard Easy Easy, Junge Drew, bist du eigentlich zurückgeblieben? Ey, was ist denn das? Ja, Junge, wer steht denn an einer Tafel, Alter? Ja, natürlich der Lehrer auch Nein, bist du dumm, der Hausmeister Oh, Bro, jetzt wird's entweder richtig schnell Geil, okay Okay Eins von beiden Warum ist dein Bild zu dunkel? Ja, Mann, Digga Ja, Mann, sie verstehen's instant Ich hab's, ich hab's schon Ich hab's schon Was hab ich denn geschrieben? Ich hab's geschrieben Ich sag es nicht Geil, aber gut gemacht, oder? Gut gemacht, ne? War gut, sagst du, ne? War stark War gut, war gut Hier muss ich ein bisschen zeichnen Wer ist Kai Uwe? Ist ja auch egal, spiel's einfach mit Äh Hä? Hä? Hört doch den Maul und guck er Was ist das, Junge, du Penner? Ist das ne Taschenm... Ist das... Ist das für nen Arsch? Hä? Wie wird denn das geschrieben? Also, das im roten... Ja, ja Kann einfach nicht schreiben Ich schreibe Rasierklinge mit zwei... Rasierklinge Rasier Hä? Auf jeden Fall krank, dass er da einfach rausspringt Hä? Hä? Ja, Fallschirmspringer, oder? Ja, eigentlich Fallschirmspringer Ey, nicht schreiben Ich hab's geschafft Englisch? Ich hab einfach grade geschrieben Skydying Also, wenn man aus dem Himmel springt und fällt Aha Ich bin Lost, Alter Du bist Lost Und ein Arsch Was haben wir hier? Das ist ganz klar, eine Burg. Eine Burg, sagt der. Lostchen Bam, Alter. Ein Lostchen Bam. Easy, Junge. Hund. Der schreibt Hund und da ist ein Hund zu sehen. Der schreibt Hund. Hund. Bist du geistig behindert? Sieht dein Hund so aus? Sieht dein Hund so aus? Aber gut gezeichnet. Schön die Farben genutzt. Oh, das ist safe. Ein Busfahrer. Yes. Hä? Ich hab schon und der Rewe nicht. Aber ich werd. Mit O, U. Limousine. Ja, also der Thomas war komplett lost. Der schreibt Lemosine. Limousine. Thomas, du hast einfach so ein Anhaltverbindiger eingeschrieben. Thomas schreibt immer noch falsch. Limousine. Die Limousine, Junge. Kurs an Erfolg. Er hat sie geschafft. Thomas hat ein Anhaltverbindiger 0. Er wollte doch schnell googeln, der arme Junge. Einfach zurückgeblieben. Ist ja einfach zurückgeblieben. Ey, lass Thomas in Ruhe. Okay. Ah. Boom. Nein. Stop, stop, stop. Dammit, Alter. Ey, wenn es so klar ist, dann... Was ist das? E-Mail? Yes. Yes. Oder war ich nicht der Erste? Hä? Nee. Wir sind behinderten Bindestrich. Maschallah, ich könnte kotzen. Ja, ist halt deutsche Rechtsstaat, oder? Nein, lass mich in Ruhe, Alter. Du. Hä? Hä? Äh, äh. Hä? Was ist das? Hä? Ah, Junge. Hä, was ist es? Das ist also wirklich sauschlecht gemalt gewesen, wirklich. Also, ganz ehrlich, Stromjox löchte ich bitte, ehrlich. Oh Gott, der Schlimmste ist am Start. Was ist das für ein hässliches Ding? Das ist doch ganz klar... Ein Igel. Ja, alle haben es schon. Ah. Oh mein Gott. Digga, wie malst du deine Ameise? Weißt du, du verwirrst ja nur, indem du halt ganz andere Objekte machst. Ja, ja, das ist meine Taktik. Oh mein Gott, das ist schwierig. Alter, okay, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich versuch, mich zu beeilen. Ich mach mal rot, weißt du, richtig? Alter, Digga, das ist auch ein schwieriges Wort. Hä? Was ist das? Ach. Sag mal, was das ist, Alter. Okay, schau WhatsApp. Schau einfach WhatsApp. Was für ein Scheiß, Alter. Schau WhatsApp. Nein. Webseite. Ich hab ja eh so geschrieben. So Müll, Alter. So Müll gemalt. Ja, du bist Müll. Wiedert mich an, wie du das gemalt hast, du Ekliger. Ich kotze gleich. Was ist das? Hä? Hä, Junge, was? Oh mein Gott, Alter. Kunstpause nimmt mir die Ehre, Mann. Ich will noch Erster werden. Aber Kunstpause müssen wir gleich kicken, Leute. Darf nicht mehr mitspielen. Was ist deine Hochzeit, Rebi? Digga, Thomas ist ja wirklich komplett raus, oder? Thomas ist komplett raus? Also sind ja wirklich komplett useless in diesem Game. Oh, man. Kakao, schreibt der. Kakao, schreibt der. Kann man mich nicht Kakao schreiben? Kai-Uwe. Kai-Uwe schreibt mit TK. Kai-Uwe, Alter, hast du ne Behinderung? No front, aber Kai-Uwe. Ich bin Vierter nur noch. Boah, ich muss mindestens Rebi überholen. Das schaffst du ja niemals, Alter. Nein, Kai-Uwe ist dran. Nein, 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 nein. Hä? Hä? Ähm. Was ist das? Was ist das, Alter? Hey, das sind doch Schildkröten. Hä? Ja, aber das ist doch ganz offensichtlich eine Schildkröte. Schildkröten-Haus? Was ist denn das? Das sieht so gut aus. Ja, ich hab's. Doch nicht. Wasserschildkröte. Wasserschildkröte. Alter. Wer hat da raten? Niemand kommt auf Wasserschildkröte. Kai-Uwe, du bist so lost, Junge. Niemand kommt auf Wasserschildkröte. Kai-Uwe ist so lost, Mann. Junge, ist das, ist das, ist das hohl, Alter. Ist das hohl. Ich raste hier gleich aus. Unmöglich, unmöglich. Muss Rebi überholen. Pimmel. Burrito? Ah, was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Hä? Oh mein Gott, ja. Was ist es denn? Was ist es denn? Ja, der Becher. Schau dir den Becher an. Ja, Bier. Nee, was steht da drauf? Bier. Nee, was steht auf dem Becher? Bier. Ja, hat aber nix damit zu tun. Saufen. Was soll denn? Was für ein... Wer war denn so, Alter? Du B***er. Was soll denn das? Du bist so bad in diesem Game. Wenn alle so... Wenn nicht alle so behindert malen würden, ne? Hä? Was ist das, Alter? Oh, bist du lost, Julien Bam. Oh mein Gott, bist du lost. Fliegen. Da warst du mal komplett raus, Alter. Gerade richtig gut Punkte gemacht, Junge. Dumm. Einfach nur dumm. Wie kann man so ein einfaches Wort haben? Wie kann man so unverschämt sein? Wie kann man so unverschämt sein und so ein Wort bekommen? Alter, ich bin Platz sieben jetzt. Ach, wie ist das Sch*** in diesem Spiel, Alter. Wollte doch nur gewinnen. Alter, ich dachte, Wasserbett wäre richtig. Das hier ist dein Schwanz. Ah, Mann, ey. Schon stark gemalt. Bann hier. Ja, war stark von mir, Alter. Das ist dein Traum von Rewi. Junge, ich bin wieder zweiter, Juno, und du bist siebte, Alter. Du Bot. Ja, Alter, ich bin so am ablosen, Alter. So am ablosen. Das ist wirklich schlechteste Spieler der Welt. Ehrlich. Schon sehr offensichtlich, oder? Ja, klar. Ist doch klar. Es ist ein, äh, wer hat es noch nicht geraten? Morgen und Rumjogs, Alter. Peinlich, Mann. Peinlich, 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 peinlich. Du hast sogar vor mir erraten, du Schwanz. Ich? Nein. Ich kriege ja Punkte, auch wenn die Leute schnell erraten. Ich bin wieder ein Punkt, auch wenn die Leute schnell erraten. Und Julien, Bam. Oh mein Gott, wie peinlich. Nur vierter. Oh mein Gott, Stu. Das ist echt sehr peinlich. So peinlich, Alter. Aber ich war auch abgelenkt. Und du nennst dich Künstler? Du nennst dich Künstler, Alter. Bist ja voll schlecht in dem Game. Ja, lass noch eine Runde spielen. Mein Ziel ist jetzt gerade hier nur, Rewi zu bashen. Oh mein Gott. Was denn? Ich muss dich... Boom, Digga, boom. Ich hab nicht mitgeguckt. Digga, boom. Alter. Diese Punkte gingen so fast. Ich hab gerade auf mein Handy geschaut. Ich hab gerade auf mein Handy geschaut. So egal, Alter. Das nutze ich einfach. Du bist so dreist, Alter. Du gehörst enthauptet auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz wirst du enthauptet von mir. Alter. Seeschiff. Seeschiff. Seegelboot. Hä? Ja, ja, ja. Scheiße, Alter. Wieder als erstes. Julian, Bam, so gut gerade. Boom, Digga. Digga. Boom. Fuch. Florian schreibt einfach Fuch. Was ist Fuch? Das Wort hat drei Buchstaben. Aber na, cool. Was ist Fuch? Was ist Fuch, Junge? Was ist Fuch? Oh, scheiße. Boom. Ehre genommen. Ehre genommen. Ehre genommen, Alter. Und du bist schlecht. Du hast es immer noch nicht raus. Kleiderhacken. Kleiderhacken mit CK, oder? Der Kleiderhacken. Der Kleiderhacken. Dein Mau da drüben, ey. Du bist dumm, Alter, ey. Affe. Verdammt, ey. Manchmal kommt man einfach nicht drauf. Manchmal hat man einfach einen Schlaganfall. Ach, scheiße. Manchmal hat man einfach einen Kleiderhacken, ne? Boom. Stop it, stop it, stop it. Damn it. Damn it. Oh mein Gott. Yes. Junge. In die Presse. Scheiße. 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 Dafür werde ich dir die Ehre nehmen. Streichholz. Joint. Kai-Uwe. Welches Spiel spielst du? Wo passt das? Kai-Uwe. Banger Ju. Platz Nummer 2. Das kann so bleiben, würde ich mal sagen. Du warst enthauptet. Yes. 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 Einkaufswagne. In deinem Maul. Nein. Wie ist die Fähigkeit? Ich habe einen Schlaganfall. Nein. Ah. Ich bin so schnell gerade. Ich habe Einkaufswagne geschrieben. Einkaufswagne. Kann mir jemand, kann mir jemand bitte meine Hände wegnehmen? Die ganzen Eisenkaufswagne benutze ich auch immer. Yes. Aber okay. Hauptsache vor Rebi. Hauptsache vor Rebi. Bro, ich male das gerade als Behinderte. Sehr gut. Das ist ein Gehirn. Schreib Gehirn. Das ist das, was in deinem Kopf fasst, Rebi. Das ist wunderschön. So sieht die Menschenanatomie übrigens aus. Das weiß keiner. Easy. Ich habe es erkannt. Ich habe es direkt erkannt. Ich habe es direkt erkannt, Julian Bam. Krass gut gemalt. Wirklich. Ich male gerade irgendwas. Weil ich weiß, dass deine Leute nämlich damit in Japan auf Leute schießen. Alter, Digga, übertreib nicht. Hey, beruhig dich. Aber ja, stimmt. Ja, aber ja, es ist richtig. Nein. Junge, das Duell der Giganten hier. Wirklich. Wir sind die größten Künstler der Welt. Was ist das? Oh mein Gott. Ich habe es erraten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß es. Ich habe es erraten. Random. Was war es? Es war auf Dorn. Es war auf Dorn. Oha, Alter. Boah. Mark Foster schreibt in den Chat. Kai Uwe, halt's Maul. Hey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tomaten-Nass. Apfel-Sappel. Wo ist das? Wer hat das gezeichnet? Ich schreibe in den Chat. Tomante. Tomante, Alter. Kai Uwe ist dran, Alter. Ich raste aus. Was ist das schon wieder? Was ist das? Guck mal, wie der malt. Wie so ein Behinderter. Oh mein Gott. Ja. Ja. Was ist das? Ich habe es einfach random. Du, also so hässige Zeichen. Kai Uwe. Du Penner. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ich habe es direkt erraten, Digga. Was ist das? Liegen fünf. Ich habe gerade den Üb... Heute ruhiger Stream. Ich habe den übelsten Run. Nein, so sch***. Ich bin nur noch fünfter. Ich komme ran. Ich komme ran, Junge. Ich komme ran. Digga, du brauchst 700 Punkte, um mich einzuholen. Dich sehe ich schon gar nicht mehr auf meiner Liste. Wie schreibt man das? Wie schreibt man Spaghetti? Macaro. Das ist eine Jause. Das ist eine Jause. Was ist das? Ein fetter Mann. Das ist einfach ein fetter Mann. Was ist das? Ah, 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 ah. Digga, das ist so wie ein Panda. Das ist so wie ein Panda. Ich will das einfach komplett aussehen. Ja. Ja. Erster. Jause, jause. Alter Schwede. Boah, Alter Lilou. Aber Platz zwei. Warte, kurz Foto machen. Scheiße. Ey, das ist genau wie eben. Ich war eben Platz zwei. Du vierter. Nein. Jetzt bin ich. Jetzt warst du zweiter und ich bin vierter. Naja, Ju. Nein, nein. Ich war immer zweiter. Rematch kommt nächste Woche, Alter. Digga. Ja? Mit dir ist es auf jeden Fall echt stressig. Aber es ist geil, oder? Es ist geil. So, du gehst jetzt offline, oder wie? Ich muss jetzt cutten. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.